Hallo Leute und Herzlich Willkommen zu einer Runde Ich würde schon sagen Survival Games Endergames Für und 27 auf www.hadden.net-server Das heißt es sind sau wenige droben Ich habe schon ein bisschen gespielt eben Ein bisschen, ja Und ja, ich habe schon ein bisschen gespielt jetzt eben Eine Runde oder so, da wurde ich direkt getötet Weil es nicht berundet sind, dass die Dings in der als Ende ist Da beendet wurde Ich dachte es gibt noch so einen kleinen Count 5, 4, 3, 2, 1 zumindest Weil es kam nur Für 60, 45, 30, 15 Da war es das, ne? Dann Schulzeit ist es vorbei, du kannst auf andere reinkommen, tot Komplett unverarbeitet, weil Ich wollte mir ein Dierschritt machen Ich wollte mir eine Rüstung machen Und ich hätte mich geschickt noch ein bisschen, ne? Was ist denn da? Okay, mal gucken Ich würde jetzt erstmal einen kleinen Cut reinhauen Bis die Runde beginnt Also, dann Bis später Oder bis gleich, ja Sagt, wenn nicht irgendein paar Leute kommen Und ich mich anstecke oder was weiß ich was Bis gleich Hallo Leute Es gibt schon schlechte Neuigkeiten Es gibt schon schlechte Neuigkeiten Weil ich schon ein paar gesagt habe Team, 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 blablabla Es wird super Es sind jetzt neun Nein, er hat keinen Skin in mir Du hast, ach fuck, ich hab nicht Dingsen Oh, okay Nö Da Willkommen bei deinem Nacht Hier, hab ich das eben gesehen Weil das irgendwie jetzt abzufrieden wird Das Ding Wurde getauscht Ah, super Ey, alter Hörst du mal auf? Hörst du mal auf? Könntest du mal aufhören? Okay Okay, 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 okay Okay, 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 okay Oh fuck Oh, okay Geh wir mal ganz runter Oh Schutzzeit Ende denn? 60 Sekunden Ich hab schon da eine Nacht, oder? Keine Ahnung Wird man schon 10 Wird man schon 10 So Diesmal haben wir nicht so gute Items Das ist... WTF Okay Was ist das? Alter Jetzt hab ich jetzt leicht erschrocken Leider nur auch nur leicht, ne? War auch nur leicht So, jetzt gucken wir mal kurz Materialien Okay, zwei Diamanten, okay Sind nicht nett Schutzzeit Ende denn 20, 30 Sekunden Das ist nicht gut Essen gibt's Okay, 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 komm, 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 komm Ich darf nicht schon wieder das bestehen, was wir eben haben Okay Okay Fuck 13, 12, 11, 10 Hanisch, 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 reicht's in Hanisch? Nein, es reicht nicht für Hanisch Hose Hose Das reicht nur, das reicht nur für eine Hose, fuck 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 Okay Schutzzeit ist zu Ende, folg mir wer Ich hab keinen Tracker, das ist so blöd jetzt Mhm Mhm Es sind paar Leute die ich schmitzeln kann Oder nicht ein paar Schmitzel, ich will auch nicht ein paar schmitzeln Die erstmal Jetzt dir zendeu Das ist die Barriere Oh, das ist eine Kiste Ehhh ich werde Ich bin gewiddert Aber es war jetzt komisch gewiddert, weil das hat mir keinen Schaden gemacht Wie gesagt, ich bin neu zu. Äh, Ender Games. Äh, komm, hier. Komm schon hier. Das Doofe ist jetzt, dass ich meine Workbench vergessen habe, weil ich jetzt gerade ganz schnell gewascht habe. Was ist nicht was? Ich hoffe jetzt einfach auch mal, ich habe schon wieder gewidert, getauscht. Super. So, da hat sich wer hochgebaut, ist natürlich das Problem, wenn sie zurückbaut, da hat sich irgendwie hochgebaut, da sind Drüste, da ist eine Kiste, da sind zwei Kisten, das heißt, weißt du, was ich gerade eben gesehen habe? Goldschuh. Goldschuh. Aber nicht. Ist das gut. Das muss man jetzt, komm. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen, oh, da ist wer. Die hat gar nix. X, X, der Armatax. Oh. Toll. Ja, ist das dein Scherz? Ist das jetzt dein Ernst? Lo, es lag komplett. Es lag komplett. Gut. Das geht zu lecken. Ich würde das jetzt. Ich bin wieder da. Wo jedem war. Scheiße, musst du ja nessen. Essen, essen, essen. PDF, was war das jetzt am Ende mal? Es gibt ja keine Dings, ne? Das ist jetzt gut, das ist eine gute Sache. Kann ich leider Delta bauen? Weil dann stelle ich mich gerne. Ja, ich kann. Sehr gut. Dann stelle ich mich jetzt erst mal so irgendwo da mitten rein, dass ich Zeit habe, erst mal zum Dingsen. Äh, bitte wieder Ding. Weltbank. Ich muss mich beeilen jetzt, das stimmt. Jetzt fällt es nicht da, ich muss mich beeilen. Wir sind immer noch in einem Spielmodus, das Dingsen heißt. Ender Games. Da, siehste? Oh, und es war genau der. Es war genau der. Theoretisch habe ich jetzt hier Ruhe, ne? Aber ich habe nichts in meinem Hotel, oder? Nee. Ich habe einen Wasser einmal. Ich habe einen Wasser einmal. Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 wupp. Hat nicht so geklappt! Au. Hat doch ein bisschen geklappt, weil ich jetzt drei Herzen weniger. Die hat sich einfach da hochgekämt und eine Auferge sauber gemacht. Und das ist nicht was. Ich habe Schuhe. Aber ich will jetzt ein Schuh wieder an dem machen. Ich könnte es ja... ich hab immer noch kein oh 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 leute oh leute ist das was das bedeutet die haben einen Stiefel und sonst hab ich jetzt die gesehen, ne? ich mach die Holzball jetzt mit haha ich mach die jetzt mit clever, ne? ich brauch jetzt oh du warte ich hab oh da hab ich getauscht da hab ich getauscht da wurde ich getauscht, da hab ich getauscht oh, ich hab keine Ahnung ähm ich hab jetzt genug für den Goldharnisch wir müssen uns etwas dann haben wir jetzt immer schon ganz gut ausrüstet weil bevor wir devoluziert werden nehmen wir die Werkbank wieder mit das Ding, ich erinnere mich das Problem ist, ich hab keinen Tracker und ich hab mein Essen nicht auf gut, toll das ist schon mal gut, ich hab meinen Bogen, ich hab keinen Bogen muss so erstrunde, okay, jetzt mal nur 10 Leute, aber oh, jetzt bin ich jetzt mit der zweite ist das eigentlich gut oh, heile Barriere oh, heile Barriere auf die Barriere hab ich gerade keinen Bock auf die Barriere Kiste, 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 Kiste oh, auch, ja auch ne Kiste, da ist auch ne Kiste, sehr gut äh oh, heile Barriere okay, da ist noch dauert gar nicht ne nö, 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 nö äh, warte mal mach mal so so ansonsten die Dealschule okay jetzt brauchen nur nur die Hose eine Dingsen Hosen, da hat sich irgendein, war immer irgendwer, da hat irgendein Sitzing gedroppt da hat sich der eine Hingebau auch gebaut da hat immer wieder gekämpft weil das ob sie die Armblok ich weiß nicht, wo runter ist ich nicht so ich hab ihn nicht genügt so das wird oh, er war bei mir in der Nähe er ist da, er ist da er hat nen Bogen er hat nen Bogen er hat nen Bogen er hat nen Bogen WTF ach so, das ist kein Geräusch, das weiß ich ich hätte jetzt, ich hätte jetzt gerade eben beschimpft als, okay es war's, 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 es war's okay tschüssi okay das Problem ist immer als Genguru und ich konnte nix machen ich hätte mir jetzt Eiskard als Hacker kurz bezeichnet hätte ich nicht gewusst, dass es so'n Kit gibt, namens Genguru, dass du so weit springst dann gern umgespielt hätte ich mir jetzt Eiskard als Hacker bezeichnet das ist jetzt, das ist echt schlimm okay wir haben jetzt 12 Minuten aufgenommen, ich will die Seite ich bin in der nächsten Grunde in die Runde, begehen gleich schon äh äh irgendwie haben sie sich gerade dupliziert ich würd wie viel Spiele war, ich glaub 13 oder so 13 auf die Skill und, ah, ich hab mir keine Skill gewählt, ich hab 8 Baba, okay das war das ich nehme dann doch wenn ich jetzt noch ab und zu ab und zu ah, okay, das ist das der das ist ja, das ist der Scheißdinger, das ist der Scheißteil, ist der Scheißdinger auch so ließ nicht Ui so ist mir jetzt sofort den Baum weil ich dann nicht immer sagen muss oh scheiße brauche ich einen Baum, scheiße brauche ich noch einen Baum ich brauche noch einen Baum aus dem Geil 55 der ist jetzt droben weil einer Helden schien hat aus dem Geil 55 hat Hacks ich weiß nicht ob das stimmt wenn ja dann kommt er vielleicht in die Aufnahme oder reportet Hacker haben einen kleinen Ast in einer Sekunde fünfmal gestanden ok ist nicht möglich ok das ist gemeint du kannst auch ins Schutz sein ist das ein bisschen verteilt gewesen direkt Heilung das ist nice jetzt komm her komm komm du ah du musst du Kettenhaube ist besser Kettenhaube Tracker 54 Blöcke gehen wir mal ein bisschen da lang der ist immer noch aus dem Geil oh da haben wir ihn fuck weiß was denn rumholt ist ok da hat Känguru da hat Känguru das ist jetzt wirklich blöd WTF es leckt grad ein bisschen es leckt grad wieder ein bisschen das ist scheiße ich hätte gerne noch die Runde bei Spectator ich häng noch ne Runde dran scheiß drauf häng noch ne Runde dran wir haben jetzt schon Hallo Leute da bin ich wieder und wir spielen jetzt eine weite Runde Ender Games noch hinten dran ich nehme schon 20 Minuten auf scheiß drauf ok die Runde beginnt schon beendet super keine teams keine teams bitte falls wir ein Team möchte Ich nehm' ich. Ich hab' viel zur Auswahl. Und die. Oh mein Gott. Okay, schon mal ganz gutes Zeug. Ganz gutes Zeug, Alter. Ganz gutes Zeug. Ganz gutes Zeug, Alter. Es ist schon mal ne Scheiß-Dingsen. Wupp. Da hat mir grad'n bisschen was geklaut. Wupp. Einfach mal, weil wir's können. Du möchtest? Äh, bub-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Flick dich. Alter. Ich wurde schon sofort getauscht, das ist ja echt neues Super. Jetzt Okay, da hat ein Ei... Oh, ein Ei gelegt. Das ist eigentlich so, dass die ganzen Typen hier Endermänner sind. Irgendwas weiß ich nicht was. Ich hab keine Rüstung. Das ist ein Concraft-D-Typ. Der Bogen, aber nix anderes. Der hat ein Steinschwert, aber nix anderes. WTF?! Let's that! Ach, jetzt ist die Schutzzeit erst zu Ende?! Was war denn da los? Ich hab doch doch irgendwas gelesen. Was so nix geht, Achievement-Fest-Blatt erhalten. Warte mal, falls wer kommt und mich töten will. Und zwar hab ich jetzt ein bisschen mehr... Alter, hab ich jetzt schon. Komm, 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 komm. Was ist das jetzt? So. Helm, ich müssen sehen. Wupp, wupp, wupp! Ich wusste, dass da irgendeine kommt. Okay, ich würd sagen, das war's dann jetzt erstmal mit der ersten Folge von den Endergames. Von den Endergames. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn's euch gefallen hat, lasst ne positive Bewertung da oder ein Abo. Wenn's euch nicht gefallen hat, lasst ne negative Bewertung da. Wer sich wundert, das sind Legs, die kommen am zuvor, wenn du läufst. Weil wenn du jetzt guckst, ihr Leg das so komisch und die kommen am zuvor, wenn du läufst. in den meisten Gegenden, auf den einen, auf den Servers, auf den einen, auf den Insel, vor allem überall. Hier ist es jetzt nur, wenn du jetzt zum Beispiel da läufst. Ich weiß, ich wissen, keine Ahnung, was das so angestellt ist. Ich weiß, wieso das vielleicht besser passt nicht. Es ist auch schon reportet worden. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.